hallo leute und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf unserem youtube-kanal bloggenau mein name ist alessandro und wie immer werde ich euch ein kurzes update geben was am krypto markt so los ist auf was wir uns einstellen können und wenn ich das wie immer gefällt leute dann bitte abonniert uns unbedingt auf instagram dass ihr wirklich hier up to date zeit wir ballern hier immer wieder trading strategien und die news raus wenn ihr natürlich auch daran interessiert seit hier keine videos mehr zu verpassen auf unserem youtube-kanal lasst einen like da leute schreibt uns bitte in die kommentare sehr sehr wichtige gibt uns ein feedback wie euch die themen gefallen ob ihr vielleicht etwas andere themen und analysen wünscht lasst dann leichter abonniert unseren youtube-kanal aktiviert die kleine glocke und dann würde ich sagen starten wir direkt rein in unseren heutigen content los geht's und zwar unser serientäter hat wieder einmal zugeschlagen leute und zwar elon musk haut hier einen post raus und zwar sie sagt ich weiß ich habe gesagt es wäre vorbei zwischen uns wenn du noch einmal einen linken park song die ist oder ein spiel bringt aber ich habe jemanden anderen gefunden und dann sagt er sozusagen okay also am ende ist es doch egal und warum sind die leute dazu verrückt geworden weil er hier eben schreibt hashtag bitcoin und dieses gebrochene herz das hat die leute wieder ziemlich verrückt gemacht hat den kurs natürlich nach unten getrieben wieder so wie es schon öfter ist dann hatte noch das gepostet hier ich vermisse dich warum weinst du schatz weil ich dich auch vermisst in wirklichkeit schade auf diese roten candle sticks die da richtig krass nach unten gehen ja es ist was da noch passiert er hat sein anzeigebild aber hier geändert und zwar auf seine bitcoin sailor moon artige gestalt mit den bitcoin laser augen und jetzt vor 42 minuten schreibt er tropfen rakete und zum mond also ja overall muss man einfach sagen er hat schuld die leute einfach weil mit diesem post hier da unten so dass er wieder etwas anderes gefunden hat da will er wahrscheinlich wieder so ein bisschen die aufmerksamkeit auf doge oder andere crypto währungen lenken da weiß dann keiner genau um was es da wirklich geht er will die bitcoiner natürlich trollen er will den preis natürlich nach unten treiben ja aber overall muss man einfach sagen leute dieser impact den diese tweets haben ja das der ist gewaltig und weil er natürlich eine sehr einflussreiche person ist aber im großen und ganzen muss man sagen dieser impact dieser tweets wird immer weniger werden weil immer weniger leute sich dann von diesen tweets beeinflussen lassen und man sieht auch dass bitcoin noch ganz am anfang steht wenn eine einzige person egal wie einflussreicht ist so so hart diese preise beeinflussen kann das heißt im großen und ganzen noch mal wir sind noch ganz am anfang es ist obwohl 65.000 dollar da schon mal gestanden sind als preisschild sozusagen sind wir noch ganz am anfang und mit oder ohne seiner person und wie können wir seinen weg machen und auch der crypto markt mit seinen weg machen ja er macht sich dann einen spaß daraus weil er glaubt er kann machen halt was er will und aber wie gesagt dieser impact wird immer kleiner wie sie noch sehr sehr früh das zeigt uns auch diese ganze thematik und deswegen braucht man sich da auf jeden fall keine sorgen machen wie gesagt er macht sich immer einen spaß daraus und dann würde ich sagen kommen wir zum nächsten thema und zwar google finance integriert crypto währungen und zwar auf der google finance app kann man jetzt nicht nur klassische aktien sondern auch kursverläufe von crypto währungen einsehen das heißt das treibt natürlich wieder die massenadaption weiter voran weil natürlich diese google finance app haben sehr sehr viele leute und jetzt sehen die auch die crypto währungen die da integriert sind wo man preisziele beziehungsweise bereits bewegungen sehen kann also das auf jeden fall eine sehr politische nachricht wie es natürlich mit einem investment von google aussieht oder wie es da weitergeht kann man noch nicht sagen also da ist noch nichts bekannt aber auf jeden fall die google finance app ist jetzt wie gesagt integriert mit crypto währungen sehr sehr politisch auf jeden fall und wie das dann weitergeht mit google oder ob da noch was kommt wissen wir nicht aber das ist natürlich sehr sehr sind sehr sehr gute neuigkeiten und dann möchte ich nochmal auf den punkt zurückkommen dass wir noch immer am anfang stehen mit dem ganzen und dass der preis von bitcoin wird durch angebot und nachfrage geregelt ganz ganz klar auf den spot exchanges und deswegen ganz ganz wichtig und das ist jetzt sehr sehr wichtig zu verstehen natürlich die das angebot ist sehr sehr knapp das wissen wir es wird immer knapper es sind schon gleich 90 prozent ganz genau weiß ich nicht da werden wir im nächsten video zurückkommen aber ca 90 prozent von supply sind gemeint das heißt wir haben ca noch zehn prozent übrig die anfrage wird immer größer das heißt das war nicht das ende ja ich ob jetzt in seine bären phase oder eine akkumulationsphase eingehen oder ob da wohl dann weitergeht weiß man momentan noch nicht so genau es ist weder fisch noch fleisch momentan muss man ganz ehrlich sagen es ist sehr sehr knifflig aber an dieser und an den ongen daten hier von gs not deswegen zeige ich euch das heute die nachfrage und das sind die total address ist die total bitcoin address ist und wie gesagt den supply also dieses angebot kennen wir und die nachfrage steigt man muss echt sagen seit 2013 seit hier seit diesem punkt zu 2013 2014 geht die anfrage oder die nachfrage einfach straight nach oben und dann wird sich null ändern mit ihnen was ohne ihnen was und das ist auch ganz ganz wichtig zu verstehen also langfristig hier zu investieren wer länger als vier jahre bitcoin hält war bis jetzt nie im verlust und das wird auch in den nächsten vier jahren nicht zu sein wenn ihr am top gekauft hat zum beispiel aber wie gesagt das große ganze ist wichtig und deswegen zeige ich euch das ist ganz ganz wichtig zu verstehen die nachfrage überhaupt mit den institutionellen mit den google news die jetzt da kommen also die massenadoption ist am mega former das kann nicht mehr aufgehakt werden und deswegen ganz ganz wichtig zu verstehen das große ganze sehen und sich auch von solchen tweets nicht immer aus der fassung bringen lassen und dann würde ich sagen kommen wir schon in unsere chartanalyse und zwar was ist jetzt passiert wir gehen ganz kurz auf die kleineren timeframes dass man das noch besser sieht so gut so was ist jetzt passiert und zwar folgendes wir aktivieren die im ribbons so also wir haben ja hier wie die im ribbons nach oben durchbrochen haben gesagt wir werden hier erste kleine longpositionen öffnen das war im letzten video wir sind auch hier aus unserem symmetrical triangle ausgebrochen ich habe im letzten video gesagt es ist ganz ganz wichtig auf diese zone zu achten ob wir hier eine rejection sehen oder nicht weil hier auch die die daily im ribbons kommen und es ist auch so passiert natürlich hatte auch der ile mask wieder seine finger hier im spiel und deswegen auch dieser job aber wir haben der meine videos gesehen hat wir haben damit gerechnet dass wir hier in dieser zone etwas resistance bekommen ich habe davor gewarnt aber deswegen habe ich auch im letzten video gesagt ich werde hier eben longpositionen haben wir eröffnet da habe ich haben wir euch in instagram live darüber berichtet ich habe gesagt ich werde meine stop loss zirka hier irgendwo unten setzen weil es einfach sein kann dass wir entweder hier resistance bekommen vom triangle wir sind aber darüber ausgebrochen ich habe dann diese zone diese support und resistance zone ausgemacht und habe euch die preislevels gesagt und jetzt haben wir hier einfach resistance bekommen beziehungsweise hat hier eben die maske nicht finger im spiel gehabt deswegen dieser drop danach unten man muss aber eindeutig sagen und zwar die bullen haben hier wirklich diese zone komplett verteidigt wir hatten zwar einen kleinen weg unter diese aufsteigende support linie aber ja die bund haben das sehr gut verteidigt und haben hier wirklich dieses triangle trotzdem intakt gehalten man könnte jetzt sagen dass das ein fake out war aber ich möchte euch auch zeigen man könnte dieses triangle etwas anders zeichnen jetzt es hat immer so eine sache mit dem umzeichnen ja wie haben das wie haben das die meisten trader gezeichnet ist natürlich immer sehr sehr schwierig aber ja man könnte dieses triangle jetzt auch so zeichnen spricht eigentlich nichts dagegen und soll werden die im ribbons kurz deaktivieren ja man könnte dieses triangle auch so zeichnen wäre valide genauso wie die andere variante weil wir haben hier zwei berührungspunkte hier zwei berührungspunkte hier einen berührungspunkt also das wäre auch valide und deswegen wir wissen es nicht ganz genau deswegen lassen wir es mal so und so genau also wir haben jetzt zwei verschiedene varianten von unserem symmetrical triangle das wäre ein fake out gewesen haben wir sind den support gehalten und laufen hier jetzt wieder in diese resistance ich werde einfach beide varianten lassen ist mir einfach persönlich lieber und dann werden wir schauen wie sich das weiterentwickelt ja zu den trades auf jeden fall wollte ich noch mal sagen hier unbedingt unter dieser support linie vom triangle stop loss halten position ist momentan plus minus bei null weil wir sehen hier wir haben die position hier irgendwo eröffnet das heißt wir sind hier wie gesagt plus minus bei null stop loss unter die links unter dieser portlinie unter die aufsteigende dann kann überhaupt nichts passieren und ja wie gesagt wir haben es auch hier wieder geschafft ihr seht auch schon hier die im ribbons am vier stunden chart haben ja diese bullisch ganz kurz geflippt dann gleich wieder bearish wegen den tweet auch natürlich und wegen dieser resistance da oben wir sind jetzt wieder darüber gekommen wie man hier eindeutig sieht das heißt ich nehme an sie werden bald wieder bullisch flippen also grün aber wir müssen natürlich schauen ob wir die halten können ob wir vielleicht dann über diese resistance darüber kommen ja das kann man auf jeden fall beobachten es sind auf jeden fall beide arten dieses triangles valide ganz ganz wichtig und ich möchte jetzt ehrlich gesagt sehen um weiterhin bullisch zu sein dass wir uns über den vier stunden im ribbons halten können und sich wieder hier in diese regionen bewegen können und die vielleicht auch durchbrechen können sollten wir natürlich rejected werden und das ist ganz ganz wichtig dieses szenario leute wenn wir hier diese support linie nach unten hin durchbrechen und diese als resistance bestätigen dann muss man sich auf einen weiteren job natürlich gefasst machen das ist ganz ganz klar genauso wie nach oben hin das preisziel bei circa 51.000 ist was wir letztes mal schon gemessen haben werde ich auch hier das bärische szenario einzeichnen wir wissen natürlich nicht wo der ausbruch stattfinden könnte nach unten je nachdem ich werde das so in der mitte zeichnen zwischen dem apex und hier also ja da müsste man sich auf eben bis zu 23.000 dollar wer das preisziel gefasst machen obwohl man hier sagen muss und das habe ich auch schon oft gesagt im videos dass diese zone hier zwischen 34 und 29.000 dollar sehr gut aufgekauft wird das heißt sollten wir das hier verlassen kann man hier auf jeden fall schaut positionen eröffnen und dann irgendwo in dieser zone könnte man schon profite nehmen beziehungsweise sollten wir diese zone verlassen dann ganz klar wird das preisziel erreicht aber auch natürlich hier vorsichtig sein ja ich glaube ihr seid jetzt short time auf alle szenarien gefasst ihr wisst natürlich wieder auf was ihr aufpassen müsst ganz ganz wichtig unsere long position läuft weiter und ja wir werden einfach sehen was in den nächsten stunden tagen passieren wird es ist natürlich auch ganz ganz wichtig leute wir müssen noch immer sehr sehr vorsichtig sein ich habe schon angesprochen wir sind uns nicht ganz sicher es ist ein bisschen eine knifflige situation diese akkumulationsphase natürlich aber ja mit vorsichtig nicht zu großen einsetzen und kleineren hebeln ist das alles kein problem leute wenn es euch wie immer gefallen hat würde ich sagen lasst uns einen like da lasst ein kommentar da und wir sehen uns im nächsten video tschau tschau tschau